Neu von Horizon Hobby SC Pro Boot Recoil 2,18 Zoll Brushless Deep VR2R. Ihr bekommt das Boot, ihr bekommt ein 3S 1300 mAh 30C Smart Lipo Akku mit IC3 Anschluss, ein 120 USB-C Smart Akku Ladegerät ist auch mit bei, Spectrum Firma 29, 31, 29, 50 KV Motor, also 29 KV Motor, Außenläufer ist ein Marine Motor, der ist mit bei, ein 30 Ampere Marine Regler ist dabei und die SLT3 3 Kanal Fernsteuerung. Und ihr habt ein 13 Gramm Mikroservo, was wasserdicht ist. Ein Bootständer gibt es dazu, eine A-Batterie gibt es dazu und natürlich die Bauanleitung. Ihr braucht nichts, es ist alles mit dabei zum Kaufpreis von 229,99, gibt es in zwei Farben, also je nachdem, welche Farbe ihr wählen wollt. Wassergekühlter Regler und Motor, intelligente Ladetechnik und das ganze Boot ist auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt. Brushless Leistung ist klar, selbst aufrichtendes Boot ist natürlich cool, drückt auf den Knopf und schon steht es wieder. Ja, ja, das wollte ich euch vorstellen von Hochreisen. Komm!